Ich habe überhaupt keinen Körperberuf. Bitte? Das ist wirklich ganz reingartig, nicht nur an den Füßen, mein ganzer Körper. Wenn der kommt, das ist für mich kompliziert. Wir versuchen Arbeit und Privatleben zu trennen. Ach ja, ja, haltet das getrennt. Ja, das ist eine Form von Hygiene. Hygiene? Es geht um... Ellen. Nell Bobic. Bobic. Würdest du sagen, sie ist dabei kein? Ich dachte, du weißt, worum es hier geht. Nein, weiß ich nicht. Und du weißt nicht, das ist noch komplizierter, aber das ist noch komplizierter, und weil du... Hygiene? Was? Was willst du hier? Ich habe dich geschützt. Mit meiner Person, mit meiner Position, mit meinem Namen. Wenn du dich an mir rächtst, dann packe ich aus. Wenn du mich zerstören willst, nehm ich dich mit.